Die diskrete Spy-Kamera in Form einer herkömmlichen Powerbank nimmt mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln bei 30 Bildern die Sekunde auf. Das Videomaterial kann auf einer bis zu 32 GB großen MicroSD-Speicherkarte gespeichert werden. Der leistungsstarke 5000 mAh Akku macht auch bei längeren Videoaufzeichnungen nicht so schnell schlapp. Der Blickwinkel der Kamera beträgt 75 Grad. Durch die mitgelieferte Fernbedienung können bequem Aufnahmen gestartet oder die Bewegungserkennung aktiviert werden. Auch eine integrierte Nachtsicht von bis zu einem Meter Entfernung ist enthalten. Besuchen Sie unseren Shop unter alarm.de oder folgen Sie dem Link aus der Videobeschreibung.